Der Boss, Petos, undead. Guck mal, er kommt. Oh, er macht Arschwurbe. Okay, wir besiedeln, wir besiedeln. Titos. Oh. Ah, rennt nicht zu weit. Oh, komm. Boah, der hält aber auch was raus. Der hat sie grad nicht hier. Der hat sie grad richtig. Okay, hier ist eine Iron Axe. Nichts nehmen, nichts nehmen, okay? Also hier ist eine Flawless Iron Axe. Oh, Leinen-Schulter-Armor, die ist genauso gut wie meine. Ich nehm' die mal, ne? Also die kann... Die Iron Axe nehm' ich auch mal. Die Silke-Schulter nehm' ich auch mal. Oh, hier ist ein Silber-Coin, wenn jemand will, wenn jemand noch wenig Silber hat. Oh, hier ist ein Unholy Spirit. Das sollt' unser Tank nehmen. Ja, und würd' ich auch sagen, der macht Live Leech. Ah, cool. Und den Silber-Coin, okay. Hier, Sai nimmt, glaub ich, den Silber-Coin. Danke. Danke, sorry. Ich hab' fünf Silber jetzt. Okay, ich hab' sieben. Ich hab' neun. Was handelt? Schweinewurst. Einen wunderschönen guten Abend, Schweini. Ach, warte mal, wer hat noch keine Kerze? Na, wie läuft's? Wer hat noch keine Kerze? Irgendjemand, ich hab'... Kuppi hat noch keine. Warte mal. Was kann man mit der Kerze denn machen? Bleib mal da. Du kannst sie einfach hinstellen, dann gibt's Licht. Ach so. Äh, Candle, 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 Candle. Ich hab's sogar, pass mal auf. Jo, Funko. Einen schönen Abend noch. Ha, guck dir das an. Eine. Ja, brauchst nicht direkt. Doch, doch. Ne, ne, ne. Ich klau' dir das nicht. Äh, ich hab' sogar noch hier für die Ranger nochmal Arme gefunden. Oh. Ne, jetzt zeig' nochmal den Ständer da. Ja, ja. Ist cool. Ist cool. Guck ihn, guck den mal an. Aber guck mal, wie sie den gemacht haben, ja. Mit kleinen Mini-Voxels als Wax, was runterläuft. Das sieht klasse aus. Das sind diese kleinen Würfel, die normalerweise so an deine Waffe kommen. Auf jeden Fall, das sieht cool aus. Das ist echt cool. Kratz, was hast du denn gefunden? Und endlich... Haust rein. ...hab ich auch als Ork eine Angst. Schön, dass du da warst. Das Klischee muss bestätigt werden. So. Gut, man konnte noch in die andere Richtung gehen, da hinten. Genau, da hinten war noch einmal in die andere Richtung. Stimmt, cool. Aber den Boss haben wir ja schon. Ich glaub, es gibt immer nur einen Boss, ne. Pro Dungeon oder was. Ja, aber ich mein Experience und Items, ne. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du nicht Nein sagen. Oh Gott, was sind die Falle gelaufen? Oh. Irgendeiner fehlt da noch hinter uns. Mensch. Jaja, ich such noch den Weg. Okay. Gibt nur einen Weg. Alles in Ordnung. Ja, aber ich will heute auch nicht in die Fallen laufen. Äh... Ne, ne. Noch ein bisschen weiter. Wie niedlich die hier laufen, ne? Wir brauchen die helleren Lampen. Jawohl. Sehr gut. Oh, Wehrwolf. Alles da. Boah, was geht ab? Oh, unsere. Ich hab sie, ich hab sie gestand. Sei. Boah, die Axt ist ja wach. Ist die gut? Die ist richtig gut. Zack, 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 zack. Oh, hier ist noch ein Schild. Oh, hier liegt noch ein Schild. Okay, nice. Okay, nice. Das lief ja doch ganz gut. Obwohl... Neko... Ich geh hoch und dann stand ja... Stand auf einmal der Wolf vor mir. Und er wollte was. Ja, schade, dass ich meinen Fraps auch nicht anhabe. Sonst hätten wir das wirklich nur Schild... Aber genau, Tunkerama, wenn du Kreditkarte hast, dann ist das ja gar kein Problem über Payporn. Kannste da... Ach, Silke ist auch nicht, ne? Doch, Silk? Ja, Silk ist meins. Okay. Eigentlich vom Mage. Nee, Silk ist meins. Oh mein Gott. Silk ist neins? Jaaa. Ach, schön. Ach, schön. Ach, schön. Ach, schön. Ach, schön. Das geile Mann. Boah, ist echt dunkel hier unten. Ja, aber richtig. Stopp, du es da. Lion Chest Armor. Oh, Lion Chest ist... Äh... One... Genau so gut. Was heißt dieses Rack 0.1 eigentlich? Regeneration. Aber was hast du denn? Von selber? Ähm, ja, dass du von selber zum Beispiel Leben regenerierst. Ah. Ey, das war meine Armor. Was? Ja, sorry, sorry. Wollte die eine Münze aufheben. Weck in den Code. Haha. War wohl nicht mit Absicht. Tempo... War's das hier? Aber das war's. So, das war's. Meine jetzige... Krita hat für die neue 0.9. Und das war so ein... Ich glaube, weniger Armor. Aber weniger Armor. War das, der nirgendswo markiert war. Na doch, es war markiert auf... Als Dungeon... Äh... Ne, 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 ne. Beim Dungeon sind wir noch nicht. Der ist noch vor uns, der Dungeon. Mensch. Stimmt, das ist noch nicht der mit den... Ja, nein. Aber das ist... Ja, aber das ist... Das war einfach nur so eins, was nirgendswo markiert ist. Einfach nur so random. Ne, ich hatte die Markierung. Echt? Ich wusste das ja auch. Ja. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ich hab das von erfahren von so ner Dings. Ja, ja auch. Wir gehen jetzt wieder raus. Wir gehen jetzt wieder raus. Ich hab von ner Dorfbewohnerin da erfahren. Obwohl es auch schon abends... Oh, oh, die haben respawned. Oh, guck mal, die respawned. Ja, ja. Zu lange gebraucht. Was ist zu lang? Man braucht nie zu lang. Man braucht immer genau richtig. Hm. Pfeiß in einen. Oh, der hat immer. Was hat der alles geklappt? Für'n Rogue? Ach, was für... Was ist das denn für eine Axt? Ach, da ist noch einer. Die respawnen gerade alle. Ja, die respawnen gerade alle. Die wir die getötet haben. Für'n Warrior an Iron Sword. Lass mal jetzt raus hier. Guck mal, was hier alles liegt. Wie das... Für'n Warrior noch schultern. Die hab ich mal... Echt? Warte mal. Die hab ich mal mitgenommen. Nimm die einfach mit. Genau. Ja, wollen wir erstmal wieder in die Stadt? Ressourcen auffüllen wie da ist? Warte mal, jetzt kann... Ja, bevor wir in die Stadt gehen, dann lass lieber nochmal gleich in die Katakombe gehen. Ansonsten ist das ein ewig langer Weg wieder hin und her. Wie jetzt? Also jetzt nördlich von hier. Erst nach Norden in die Dungeon, oder? Genau. Weil dann... Wenn wir dann zurücklaufen, dann brauchen wir auch halt nicht mehr in die Richtung jetzt. Ansonsten wär's ja doppelter Weg. Ja, dann lass mich eben kurz was essen. Und... Ja.